so weiter geht es in unserer schlacht wir produzieren noch weiterhin unsere einheiten ich platziere ich mal kurz da schon mal direkt da rein da sind welche drin so in der zwischenzeit wir sammeln ressourcen wir wollen ja mehr aufbauen wir müssen ja jetzt einen weiter können fast 100 einheiten bauen das ist schon mal sehr gut so ich bin noch dafür hier platzieren hier mal eben noch ein paar ein wir haben da wir haben wir haben dort welche ja 1 hier oben wird angegriffen wir haben natürlich relativ wenig chancen überhaupt durchzukommen so mit dem ist erst drei drinnen und vier platzieren das klingt sehr gut so da war da war da war ich glaube wir müssen wir hier zwischen einbauen bestmögliche groß absicherung dies als solches gibt hier können wir schon mal einen neuen mit bauen dann läuft der rest nämlich gleich auch so er läuft runter dann kann ich hier schon wieder einsetzen ja ihr müsst mal fleißig weg sammeln so hier kommt der vierte hierfür damit sind unsere bunker zumindest alle vollmännisch besetzt schöne ist es ist zwar nur kanonfuckel kanonfuckel genau kanonfüttel in dem wir die links auch da ist noch keiner dran ja 1 2 3 1 müssen wir noch setzen jetzt müssen wir erst mal gucken dass sonst nicht die mineralien ausgehen ganz so wie ich mir das nämlich gedacht habe so die basis ist erst einmal von deren eingängen aus gesichert jetzt ziehen wir das ganze mal hier ein bisschen zusammen und dann wollen wir doch mal anfangen ein wenig aufzuräumen 2 hier muss noch mal voll durchballern dass das ganze funktioniert und dann geht das ganze auch so ich habe noch keine ahnung wie sich das ganze ist ich muss mal in die option bisschen ist sound der musik doch ein wenig runterdrehen wenn dann der musik zu ist ist auch mein kopfhörer doch sehr 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 laut ich habe euch keine ahnung wie sich das momentan auf die aufnahmen auswirkt aber ich hoffe doch ganz gut du könntest mal einfach hier drin einbauen entschuldigung wenn man was vom mussten gehört hat das soll natürlich nicht sein ja ich bin immer noch ein wenig erkältet das ist halt wetterbedingt um diese jahreszeit lalalalala lalala 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 so ich denke mal wir könnten jetzt gleich den vorschloss wieder wagen um Eine weitere Ansammlung hinzukriegen. So. So. So, jetzt wollen wir hier mal... Erst wollen wir meine Marines vorschicken. Das ist geil, die Wegfindung zeigt uns wieder perfekte Wege. Ah, ich wollte hier den noch mitnehmen. Den werden wir auch mal mit auf Hotkey legen. So. So, den legen wir ein bisschen hier hoch. Vielleicht liefert der uns genau den Aufklärungsbereich, den wir gleich haben müssen. Sehr gut. Die kommt schon mal hier hin. So, hier machen wir uns doch schon mal hier so ein bisschen hier unten platzieren, vernünftig. Ab in Belagerungsmodus und tschüss mit den paar Jungs da oben. Das ging doch relativ fix. Mit O. Ich muss natürlich zugeben, ich bin nicht ganz so schnell, was die Tastkombination dazu geht, wie früher. Oh, den haben wir. Wunderbar. Oh, ich sehe, da hinten ist ein Gebäude von denen dran. Das ist gar kein Problem. Befehle, soll Quartier, frage Befehle. So. Ja, Sir. Wie gehen wir in den Belagerungsmodus? Ja, ich sehe, da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Hinten ist doch tatsächlich schon der erste Teil der Firma bei denen. Oh, oh, oh. Shit, shit, shit. Eins, zwei, drei. Aber das ist jetzt nicht ganz, ganz mega wild. Ich schicke den schon mal hier rüber, damit er da drüben auch gleichzeitig... Ja, Sir. ...den auch schon mal. Die müssen nämlich hier schon mal rüber in ein neues Basislager bauen. Unser... Genau. Genau das nämlich. Wir stehen nämlich jetzt hier und haben keine Kristalle mehr. Also schon mal alles da hin. Hier oben kann weißlich weiter Vespiengas geschöpft werden. Und hier unten muss definitiv erstmal ein... ...eine neue Kommandozentrale hin. Von daher. So, der kann schon mal Kommandozentrale bauen. Der kann hier unten in der gleichen Zeit einmal eine neue Föllerie bauen. Die liefert uns ja auch nochmal 5000. Blöderweise müssen wir warten. Können die, glaube ich, nicht zusätzlich helfen. Oder ging das auch? Später, im zweiten Teil, ist das also tatsächlich alles möglich, dass die sogar mithelfen können. Und dann auch fleißig mithelfen. So, dann schicken wir das schon mal rüber. Die schicken wir auch mal mit rüber. 1000, 5000, 5000, 5000. Das ist also immer die Vollauslastung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Dann etwas über 10.000 an Kristallen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, hier müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis das Ganze soweit ist. Da geht es auch gleich weiter vorwärts. Tü-tü-lü, 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 tü-tü-lü. Sehr schön. Und jetzt hier die gesamte Meute. Könnt sofort einsammeln. Ja, du kannst da mal mit einsammeln. Gleichzeitig können mal zwei neue gebaut werden. Hinten wurde schon mal alles weggeballert, was soweit geht. Den holen wir etwas später vom Himmel. Das kommt auch gleich alles noch. Ja gut, wo stehst du da? Wir müssen natürlich jetzt erstmal zusehen, dass wir hier genug Einheiten draufkriegen, die wieder ans Sammeln kommen und uns genug Rohstoffe bringen. Deswegen gar kein Problem, hier auch wieder noch ein paar mehr WBS zu bauen. Und den WBF lasse ich mal hier. Der kann mal gucken, dass hier auch alles heile ist. Hier wäre ich jetzt noch... Die sind alle heile, gut. Kannst du da schon mal einen hinsetzen? So, jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass wir mehr oder weniger genug kriegen. So. Das bedeutet hier, wir können schon mal Panzer Level 2 aufleveln. Das bedeutet hier, wir können schon mal Panzer Level 2 aufklären, ob da noch was ist. Okay, da hinten sind die Nächsten. Ah, hier oben noch einen hin. Ihr seid fleißig am Sammeln, wir sind hier fleißig am Produzieren. So, die hänge ich mal eben hinten dran und... Ja, wir sammeln mal ein bisschen Warten. Wir müssen nämlich neue Versorgungsdepots bauen. Warte auf Befehle. Worauf soll ich balance? Befehle, Käpt'n? Ab die Brust. So, jetzt kann der hier bauen. Übermittel Befehle. Schicken wir mal da hin. Der kann mit Sicherheit gleich erstmal repariert werden. So. Lass mal die Raumreger-Energie mal... ...wachsen. Alles fertig. Alles fertig. Alles fertig. Ziel identifizieren. Bestätigen optischen Empfang. Zielgebiet. Werd' ausgeführt. Werd' aus. Ah, mal ein Beliebungsmord. die paar figürchen platz kriegen ja 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 was denn jetzt so sehen da erstmal reparieren da lasse ich mich mal ganz schnell über meine güte geht ja gar nicht da machen wir da noch ein von und dann noch zwei von denen hinterher und dann hier was haben wir denn 83 116 hier mal direkt weiter aufrüsten was sind wir denn hier level 2 hinterher wir wollen auch mal unsere einheit ein bisschen aufwerten so du baust mir noch einen den wir dahin packen ja ach da oben ist doch nix so der bau das haben wir denn hier noch da kommt als nächstes das ja wollen wir mal volle power geben auf die waffen kaputt bevor fahren so ja hier bbf reparieren ziel identifizieren da wollen wir doch mal an die können hier hoch fahren hehehehe diese wegfindungsroutine sind doch immer noch genial von früher man schaut sich an was kommt und das kommt irgendwie gar nix so ziel identifizieren kommt alles noch der vorteil ist ja von einem erhöhten standpunkt aus kann man auch besser sehen um auf gegner zu schießen ja zu dumm na schaffen die von hier aus den ränden ja ist mir ein vergnügen aber belagerungsplätze modus nehmen welcher ist denn das hier ich da hinten lasse ja er macht jetzt kriegst du den da drauf übermitte befehle so mir sieht doch ganz gut aus ja alles einsammeln und dann wollen wir erstmal hier oben den posten belegen so ach ne nicht schon wieder immer dieses hin und her bei denen das geht doch gar nicht da ist eines der größeren schiffe das ist natürlich überhaupt nichts das was wir überhaupt wollen da werden wir richtig was brauchen um den runter zu jagen mir ging es jetzt auch in erster linie einmal darum so hier sind alle nicht gucken ob ich den da hinkriege das ist der kaputte ja wie wir uns auch schon schön freuen können die ganzen Goliaths die wir hatten alle wieder platt meine Güte irgendwie hab ich das Gefühl Hauptsache verschwenden können so 800 was könnte ich denn noch bauen der ist gerade dabei die Forschungsschiffe mehr Energie hauen die haben alles das Upgrade war da 3 Level 2 mehr Rüstung hier Jungs dahin ja das macht nix nur was wir den mal eben reparieren grüß da so wie es sein muss so den noch reparieren und dann gehen wir auch schon mal wieder in den nächsten Rack wir sehen uns dann ja mit dem nächsten Video